Das ist das Schüsse überhaupt, weil der Traum nicht so liebt. So, dann machen wir jetzt weiter. Stopp, 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 da musst du noch reinkommen, dann musst du warten. Schaut, wo sind wir aus, wenn du dort gehobst? Oh, jetzt wird er hier wieder. So. So. So, das geht jetzt gar nicht. Guck mal, wie die da verlaufen ist. Das kommt aber so, dass sie gleich mit der Maske waren. Ja, mach jetzt kurz rum, dann hat man keinen Traum mehr. Ja? Keine Ahnung. Eine Seite voll einklafen, dann geht man ganz wenig. Und ich glaube, vor und zurück, man wusste es, voll einklafen. Ja. Das ist scheiße. Das ist die Gehör mit linker Metrie, nicht falsch. Die linker Metrie, ich sage das stimmt doch einfach. Ja. Ja. Das sind aber nur Fahrer da anrassen. Nur Fahrer sind da anrassen. Okay? Ja. Ich bin da. Da wird ja eine vollen Tische gestolzt, wie dem solch meine Hofnummer, meine Hünder und meine Hünder und meine Hünder und meine Hünder. Okay. Ich muss vielleicht in der Vorurmein, dann war ein 1 zu 8 doch. Ich hab doch jetzt eine kleine Hünder gekauft, ne? Ja. Ich mach's wunderbar in die Modelle rein, ne? Ich muss ja auf dem wasserdichten Haus drauf. Wie ist denn Fahrer dahinter? Ja. 40 Euro. 40 Euro dafür? Ersteigen. Aber den kriegst du nicht mehr. Den hab ich überall gesucht, den kriegst du nicht mehr. Den kriegst du nicht mehr. Den kriegst du nicht mehr. Den kriegst du noch als Bagger veraugen. Das ist nicht der Original-Bauarbeiter-Face, oder? Super, Alter. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020